Ja, Leuk? Okay. Gut, Melissa. Einatmen, sag hoch und alle vorbeiten schon. Und gleich die nächste vorbeiten. Jetzt mal ein, als vorbeite ich gleich den nächsten vorbeiten. Ja, das machen wir so. Wir haben nicht so viel. Achtung. Hast du? Ja, gut. Melissa, einatmen. Einatmen. Einatmen, Melissa. Gut. Einatmen. Einatmen. Achtung, warte mal. Ja, das ist schon okay. So, was haben wir? Melissa Tumali? Ich bin Melissa Tumali. Äh, 20 Jahre alt. Thomas Hamburg. Bin gerade mit der Schule fertig. Und ja, das war mein Papa, der mir gerade irgendwo aufgehauen hat. Ich bin gerade mit der Schule. Ich bin gerade mit der Schule.